Let's play Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer neuen Welt. Die Schiffsreisen und Landabenteuer gehen weiter hier bei Anno 1404 Venedig. Einem Spiel, das einem einfach keine Zeit lässt um seine Kommentare auszudrücken. Was ist jetzt schon los? Welcher Schi... Sagen wir vier Schiffe? Ja, gute Frage. Wir haben ganz krise Leute... Moment, Moment! Wo sind meine Schiffe überhaupt? Toll, da bist du ein bisschen angeschlagen. Wo sind meine Schiffe hin, meine Flotte? Toll, die kommen wieder, wo die hingehen, keine Ahnung. Liebe Leute, liebe Leute, ich habe mir aufs Gewinn noch kurz überlegt, wie ich hier weitermachen soll und ich habe die ultimative Lösung gefunden. Naja, ultimative. Sagen wir mal so, es gibt eine Variante, wenn ich die so mache, wie ich es mir vorstelle, dann funktioniert es zwar, aber... Ja, es ist nicht so schön. Es ist eine schöne Variante. Was ich meine? Wir sehen es gleich. Ich muss aber erstmal alles putti putti machen. Sag mal... Kriegt ihr es endlich mal dauernd oder was ist los? So, Anno, bitte schmier mich nicht ab. Ja, alles klar. Alles picobello. Ich lasse zwar gerade nach drei Parts hoch, aber trotzdem... Bitte nicht. Das war ja klar. Wieso denn bloß? Wieso hast du mich so, Lucius? Ja, ich weiss, es beruht auf Gegenseitigkeit, aber trotzdem. So, ähm, ich muss hier noch achten. Ich glaube, ich habe schon jetzt mal angefangen, oder? Wir haben hier ein Problem mit dem Brot. Ich meine sogar Gefängnis... äh, ja, Gefängnisinsatz bekommen Wasser und Brot. Das haben unsere. Nur Wasser. Kein Brot mehr. Gut, zwei Tonnen Brot, also... Oh, nicht gerade die Welt, deswegen... Ich weiss, ob es mir so gut gefällt. Ja, das auch. Äh, ich muss mal was überlegen. Hier oben muss auch alles weg später. Früher später. Holt es aber sowieso... Ihre Siedlung brennt lichterlob. Achso, gut. Wunderprächtig. So, also fertig hier. Kommt gleich das Grosse runter. Wo bist du? Dort. Ah, der Kier hat ihn. Macht ihn fertig. Eine gegnerische Flotte dringt in ihr Hoheitsgebiet. Nachher überhaupt. Greif hier mal an. Oh, mein Schiff ist gleich down. Atalanta. Das haben wir gefreut. Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Du warst ein schönes Schiffchen. Er geht sowieso schnell. Seht ihr? Alter Schwede geht das fix. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Und jetzt schon wieder. Ja, da wütet immer ein Feuer. Ja, komm schon. Gleich down, gleich down. Was eigentlich mit dem hier? Grosse Heerlager. Ihre Truppen waren siegreich. Kann ich den noch down machen? Oder geht das nicht mehr? Hallo? Geht das noch? Geht das nicht? Dort wird das erst noch gebaut. Ich glaube ich erst gebaut. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Ja, du sagst es Kumpel. Du sagst es jetzt. Aber ich muss erst einmal das Teil weg. Und voll versenkt. Alter Schwede. Moment mal kurz. Könnte ich ihn vielleicht gleich locken? Nein, du dämlicher Typ. Das ist ein neues. Aha. Du bist doch doof. Bläh. So. Ich habe es ihm voll gegeben. Hey, voll gegeben. Der kommt nie mehr. Na ja. Schön wäre es. So mein Plan. Ja, halt mal die Fresse. Hey alter Schwede. So. Wir haben hier Monsun. Monsun. Der natürlich Gewürze transportieren muss. Sondern klar. Äh. Ich bräuchte ein bisschen Zeit für meinen Plan. Na gut. So gehen. Habe ich ein paar. Neun Tonnen. Das ist ja super. Sand ich wieder ab. Scheisse. Da kommen sie. Ja, haut doch ab Mensch. Wir haben 68 Tonnen Ziegel. Wenn ich das richtig begutachte liebe Freunde. Äh. 68 Tonnen würde ich mal sagen. Ist schon relativ viel. Um mein Vorhaben in den Tat umzusetzen. Mein Vorhaben besteht darin. Es ist ein bisschen billig. Ich weiss. Aber ihr seht schon. Es besteht darin ja einfach alles zuzumachen. So. Was willst du? Wollen nun nicht versenkt werden. Von mir aus. Also gehen da rauf. Oh na scheisse. Weg das. Ich überlege gerade. Ist er wohl schneller? Ja. Gross Segelschiff. Nicht unbeschadet. Vermutlich schon. Warum ist das Teil eigentlich mal verschrotten hier. Aber das geht leider nicht. Wenn abhaut. Der Feigling. Du 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 du. So. Ähm. Was sollte ich machen? Genau. Ja. Nichts Neues. Eines ihrer Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ach du Scheiben. Ich habe echt ein Schiff verstinkt hier. Nichts kann uns standhalten. Ein kleines Schiff. Ah. Bringt keine Sicherheit. Kann ich irgendwie. Wir müssen ganz schnell. Sind auf dem Weg. Wieso fliege. Äh. 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 Verstehe ich es nicht. Egal. So wieso gleich down. Was mache ich überhaupt hier. Mann. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier so viele Türme habe. hier oben. Ihr packt es. Nichts kann uns standhalten. Die Türme des Schicksals. Ach du Scheiben hier unten los. Die Welt ist bei ihrem Nachbarn vorüber. Das freut mich umso mehr. Wir sind ja gute Nachbarn nicht wahr. So Gewürze bald wieder voll. Was soll ich eigentlich machen? Ah genau hier. 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 Äh. Ah jetzt. Ja wer eigentlich sagen wollte ist natürlich nicht gerade die feine englische Art und so. Sondern klar. Aber hm. Was willst du denn machen? Ich brauche ein bisschen Zeit damit ich da meinen Plan. Meinen Sprit. Äh. Rollen bringen kann. Mein Plan ist natürlich vor dass wir Lucius ein für alle Mausen Weg räumen. So. Das funktioniert wohl. Muss man ganz kurz aufpassen. Wir kennen seine. Begeisterung für solche Todspurgen. Nicht wahr. Wir haben ja immer damit. Arrrr. Die Nerven geht. Bitte was blockieren müssen wir verarschen. Wo ist denn der blockiert? Vielleicht mit deinem virtuellen Gehirn. War es denn jetzt schon wieder so. Kann ich irgendwo noch bauen? Nöööö. Geht nicht mehr. Schade. Geht auch nicht. Wobei hier geht wieder. Zack. Euch gebührt mein aufrichtiger Dank. Ok. Jetzt muss ich definitiv mal die Kopfhörer runter drehen. Alter. Ich könnte erschrocken. Kommt erst mal die Opa ausgestiefelt. Hör. Wir haben gebührt deinen Dank. Mhm. Danke dir auch. So. Äh. Ich schwitze ja wieder mal in Leu. Leute. Es ist Sommer. Es war schön und gut. Aber es ist einfach so heiss. Es ist viel zu heiss. Vor allem zum Zocken. Zocken und kommentieren. Das ist natürlich noch das andere. Vor allem hier ein Multimedia Zimmer und so. Multimedia Room. War damals eine grandiose Idee von mir. Das Schlafzimmer und. Arbeitszimmer. PC. Konsole. Alles mögliche. In das gleiche Zimmer zu stellen. Das war eine glanzvolle Idee. Ja. Ruhe. Nichts mehr zu sehen. Aber hey. Ich habe ja Ferien. Und daher auch genug Zeit. Für keine Ruhe. Äh. Genau. Wie blockiert das? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja. Ich weiss. Ich weiss. Sie haben Probleme. Wieso habe ich überhaupt hier wieder so runter? Hä? Wollen wir jetzt mich auf. Wollen wir auf den Kackeiern? Und jetzt den Gewürzen. Wöö. Wir haben nicht ab. Tschüss. Was macht der hier? Pff. Eine Produktion kommt zum Elite Der kann ja wohl kaum so dem noch sein, oder? Wie hast du mit Lockvogel? Der kommt tatsächlich, ich glaube ich habe es wirklich Komm schon, komm schon Und jetzt bist du dran Der ist echt fix, muss ich schon zugeben Ja bin ich, hallo Holt mich doch Ich habe Flachpfeifen, ja bist du mir sowieso nicht Ja, kommt nur, kommt nur, kommt nur Und jetzt geht's ab Der Feind greift eines ihrer Schiffe an Kann ich überhaupt schnell genug wenden, ich versuche es mal Alter, der ist echt zu fix, das geht so nicht Verdammt Okay Das klingt so echt nicht, das ist ein bisschen dämlich Ein bisschen dämlich Boom, 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 boom Sie haben den Feind niedergerungen Na hoffentlich auch So, du nimmst mir dann einen alten Kurs auf Das wird schon gut gehen irgendwie Wir haben hier ja schöne, ne schöne Mauer So Ja, schöne Mauer kann man gar nicht anders genug formulieren Ob ich den Trotzburg richten kann, ist mir ein Rätsel Aber keine Ahnung, vielleicht schafft er es vielleicht auch nicht Ist mir an und für sich eigentlich auch Wurst Was mir gar nicht so Wurst ist Und wenn wir kurz Das war knapp Routenplanung Du bist doch so ein schönes grosses Schiffchen Monsun Dann kannst du doch auch ein bisschen mehr abholen Also wieso immer so viel Natürlich wieder Mehr abladen Das ist gar mal so viel, wa? Du kriegst doch niemals so viel Gewürz zusammen Aber hey Wenn der Fall fällt dann halt doch Dann hätten wir es bereit So Gering Ja, schön Nein, du sollst Ah, nicht gering, effizient Ja, du bist Du bist toll, du bist super Du sollst Losfahren Wehr dich nicht Sonst tut es wirklich weh Ach, halt doch die Klappe Was? Naja, niemand beschäftigt Haffen mit Said Unbestraften Wie war das schon wieder? Weiss auch nicht mehr Ähm, wir haben hier alles Picobello zu Das freut mich umso mehr Den lassen wir jetzt mal dort Weil wir natürlich Freude daran haben Jetzt geht es um das Gebiet hier Ja, das ist mein ganzer Plan, Freunde Toll, wa? Das ist ein toller Plan Was willst du denn sonst machen? Ich meine... Schön Ich meine natürlich Es hält dich nicht komplett davon ab Das ist mir auch natürlich klar Keine Frage Aber es verschafft mir ein bisschen Zeit Für den nächsten Teil unseres Plans Vorausgesetze ich schaffe es überhaupt hier mal fertig zu werden So was anderes Geht so ein bisschen schneller Und hier haben wir so ein ganz grosses Problem Ja, man Was habe ich mir da bloß gedacht? Zzzzzzzzz Jajajaja 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 Ne Mach's halt so Und Ja So mit dem Schuh draus So natürlich nicht Hallo? Der baut mir garantiert irgendwo hier wieder so ne Scheiss Ding hin Ich seh's doch jetzt schon kommen Wieso gern wie er das machen würde? Aber irgendwie schafft das doch immer Äh Ehh Egal Oh Gut Ich fange natürlich Wie lange hält wohl unser Gestein an? Das ist eine sehr gute Frage liebe Freunde und ich würde mal sagen nicht sehr lange so wie ich es vor allem kenne Ähh Ehhhh Zzzzz Mhm 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 Ja mach's halt so Wunderprächtig Soll ich jetzt mal hier unten zumachen Nämlich viel wenig Angriffsflächen auch wenn er jetzt irgendwie Später mal das Gefühl hat Jajajaja Das greife ich trotzdem mal an Diese Scheiss Mauer abreissen und so Von wegen der Mauer muss weg etc. etc. Tja Soll doch mal Bis ich die Mauer runter bin Soll ich immer schief Längst wieder hier unten Und wer da dessen kann ich den anderen Plan verfolgen Und ihn mal so gehörig in die Super Krotzen wollte ich gerade sagen Geht natürlich nicht Wunderbar Oh Dann kommt bereits einer Eine gegnerische Flotte dringt in ihr Hoheitsgebiet vor Oh oh Jetzt wieder zu wenig Du 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 Kann ich überhaupt das bauen? Frage ich mich gerade Das frage ich mich ernsthaft wenn angegriffen wird Du 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 Aufbruch Ja Aufbruch in die Vergangenheit Ja was Wir stehen zur Verfügung Kleines Kriegschef okay Mach das mal Wir stehen zur Verfügung Du gehst mal wieder hier runter Aufbruch Die sind noch unterwegs wie es aussieht Ja die sind noch unterwegs Ich hoffe nur Die schaffen es noch irgendwie noch So Hab ich ein kleines Greifenorden von mir aus Reparieren könntest du dich mal Kumpel Das wäre gar nicht mal so schlecht So was macht er Baut er sich noch auf Nö macht er nichts Gut Den wieder abreissen Und die Frage ist Wo baue ich den jetzt hin Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung Ein Feuer wo? Echt da dort? Ja ist immer das gleiche Feuer Du 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 Das natürlich äh Nicht irgendwie Was soll das? Löschen kann Wo war jetzt schon wieder diese verdammte Ah hier ist sie ja Nein nicht hier Ja auch nicht ja auch nicht ja auch Hä? Ja doch hier Feuer wachen Geht doch Nein jetzt werde ich Holz Jetzt werde ich Holz in der Hütte Ein Gegner hat eine Tod Ihr seid nur einen Schritt vom Abgrund entfernt Ohhhh Wieso musst du mich immer so nerven Lucius Ganz ehrlich Wieso nervst du mich? Wieso denn bloss? Was habe ich dir getan? Ein fairer Handel Dann gehe ich gleich wieder mal runter Nicht wahr? So sind wir sowieso gleich unterwegs Wir stehen zur Verfügung Dann muss man doch lieber zoomen Da ein bisschen abzugrücken Gut der macht es hier von mir aus Ich komme da irgendwie gleich angezottelt Oder auch irgendwie nicht Was machen die da? Ja Quer durch die Häuser natürlich Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten Ja Mensch weiss ich doch Wir sollten erst mal mit dem gleichen Schrott So Nimm langsam mal da Ja sieht gut aus Nichts kann uns statthalten Vergleitest du ihn bitte auch noch Nur so äh Sicherheitshalber halt Eure Fähigkeiten passen perfekt zu meinem bescheidenen Anliegen Das freut mich ja sehr Gut Ein bisschen Gewürze Jetzt brauche ich umso mehr Holz Ne holt es nicht unbedingt Werkzeuge ein bisschen Und vor allem brauche ich diese verdammten Scheines Ziegel Können ein bisschen zu viel sein aber naja Naja drei Spionen Vielleicht finden sie ja Oder vielleicht finden sie auch nicht Ich glaube eher weniger Aber Gut Abtransportiert habe ich es bereits Dann gehen wir jetzt mal kurz hier runter Und Gucken mal Nicht wahr? So er kann ja machen was er will Er kann von mir aus Aufbauen was er möchte Es wird sowieso gleich alles wieder runter geschossen Triebuchte Aufstimmung Na klar Auf dem Weg So Seid ihr alle hier? Wir stehen zur Verfügung Ja Es ist zumindest eine flotte kleine Armee Ist das Mut oder Leichtsinn der euch antreibt? Äh Das frage ich mich auch immer Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft Toll ist aber zwar genug Mehl Aber dafür noch zu wenig Weizen Ich muss was anderes machen Äh ich habe einen Köhler heute Ich habe hier einen Ich habe Steinmetz heute auch schön Kohle Brauche ich überhaupt noch so viel Kohle? Oh ja Äh Äh Wie mache ich das am besten? Wo pflanze ich es wohl hin? Was brauche ich hier weniger? Most haben wir wohl zu viel Das kann doch nicht wahr sein Du 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 Most braucht die Welt ja scheinbar nicht mehr Jetzt brauchen wir vor allem Brot Du 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 Die Menschen wollen Brot Brot für die Armen Ja muss das denn jetzt sein? Wir stehen zur Verfügung Och Mensch könnt ihr denn nicht mal auf das kleine Dings hier warten? Ganz ehrlich ey Wie lautet euer Befehl? Dass wir nicht gemeinsam fahren können verstehe ich auch nicht Machen wir es anders so Wir stehen zur Verfügung Äh Machen wir kurz Ja ich weiss Machen wir kurz Welches Bauvorhaben plant ihr? Nein bleib hier ich bin Mosaik Oh Welches Gebäude denn? Das hier? Oh Sieht mies aus Kannst du vielleicht mal das hier angreifen? Wenn oder ganz schön nett Gut dankeschön Äh Hätten wir das was? So hier unten haben wir noch Wir haben noch 10 Tonnen Siegel Das ist natürlich Sehr weit Aber sonst Sieht schon Relativ Beknackt aus Ach ja Was willst du denn machen? Nichts wahr Leute? Die Wasservorräte werden knapp Ja Na gut Nachher wäre mal was anderes gewesen Das wäre doch schon fast ein Wunder So lieber jetzt auffüllend Lange ich noch ein bisschen Kohle habe Ein bisschen Kohle Überall kommen die hier Ist die übel Ist die schlecht So ist sie langsam mal da Oder wie sieht es aus? Ja sie kommen Das gefällt mir Sieht ziemlich übel aus Ja 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 Das wird schon Oh Diplomatie Diplomatie Liebste Hennenar Es tut gut ich zu sehen Ja das finde ich auch Es stört dich also nicht Wenn sich eine Marquesa wie ich unter das einfache Volk mischt Im Gegenteil So eine bezaubernde Blume von einer solchen Schönheit wie du es bist Die muss ich einfach der ganzen Welt offenbaren Ach du Scheiss Was führt's euch zu mir? Ihr habt recht Dieses Traktat stammt Als Diplomat verkehrte ich in den angesehensten Kreisen Alter die Schnauze hab ich noch gar nicht wissen Und dann am Reisen Die Leute hingen an meinen Lippen Na ja Lippen die blüb Was ist denn hier los? So jung Ich bin im Aufstand hier Haben die ihre Beweilt es den Begriff eines ihrer Handelsgebäude einzunehmen A確k Achso deswegen Heh Dann fange ich lieber anderswo bisschen von vorn an als in dieser Stadt zu versauern Schnauze Hat dich keiner nach deiner Meinung gefragt Ich frag du Penner Du 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 Ich zumindest nicht Nein ich habe nicht gefragt Ah Können wir langsam die Gebäude reparieren wäre ganz dankbar Ach Mensch Sie haben einen Kampf verloren Nein Sie haben eine Macht gewonnen Geht doch meine Fresse Nichts kann uns standen Ja es ist down Bereit Muss eine Hilfe kommen Wie sieht es aus Fast aus So die Chancen stehen gut Was greift ihr jetzt an Nicht das hier Ihr greift Was greift die an Geht auch nicht Die wollen gar nicht kämpfen wie es aussieht Oder sind gerade irgendwie sonst beschäftigt Eine kleine Armee Ja 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 Soll er mal Soll er mal Soll er mal Wir sind jetzt endlich hier Wir können hier weiter ausbauen Endlich wieder mal Zeit Das geht gar nicht Okay Dann eben halt nicht Dann geht ihr jetzt mal hier entlang Und versenk Und versenk das Scheisse Teil Du 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 baust mal eine Trotzburg Weil du ganz trotzig bist natürlich mal Hier auf Boom Ihr seid nur einen Schritt vom Abgrund entfernt Ich hoffe sind sie ein bisschen mehr Weil ein Schritt wäre sehr wenig Egal die greifen jetzt da gerade an Dann kann ich immer ein bisschen weiter bauen Dann muss ich das mal Kleine Schönheitsfeder hier beheben Zack Sieht auch dämlich aus hier Zack zack Dann baue ich die Ziegenfarm Wo ein bisschen hier vorne hin Das ist doch wunderprächtig Das braucht sie ja gar nicht Zack weg da Also besser Jetzt da Bist man wieder am Weg Ich hoffe es nicht Na wir sind jetzt alles Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Ich weiss Ich weiss So wo sind sie feindlichen Schiffe Da müsste keiner sein Seid ihr furchtlos oder nein Ich frage mich gerade Ob es eine kluge Idee wäre Jetzt den anzugreifen Ich meine der ist so Der ist so schön hier oben So richtig gut passen Greift ihn doch alle an Was soll das? Wie lautet euer Befehl? So jetzt fehlen noch die hier Eure Anweisung Und die muss ich nicht mit Landtümern oder so noch Sprich mit Wachttümern platt machen Ich frage es bloß wie Ihre Truppen waren siegreich Man greift eines ihrer Gebäude an Das gleiche ok Sowieso Na gut versenkt zwar nicht Aber ein bisschen geschwächt Immerhin etwas So jetzt sind wir hier siegreich gewesen Können wir Ja Können wir bitte mal den Truppen zurückziehen Dankeschön Oh oh Gar nicht schön Wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen frage ich mich gerade Ist doch alles zu? Warte nochmal Mann hat er mich doch Ja Herangekriegt zwar nicht Aber das nervenbissen Was er da gerade macht Nichts kann uns standhalten Ja Mach es halt zu Hallo soll es hier hingehen? Es wird gerade angegriffen Ähhh Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja Wie immer Neues Konto eröffnen Natürlich Ich freue mich Youth bei